So, meine lieben Leute, weiter geht es mit Conquer Live and Reloaded. Ich habe mal nachgeguckt, ich kann das nicht umstellen auf 60 FPS. Warte, ich mache mal kurz Wraps auf meinem PC los. Gut, dann spielen wir halt mit 60 FPS noch. Boah, ich dachte, ich fahre jetzt runter. Auf jeden Fall spielen wir jetzt halt ohne. Wir spielen halt mit 60 FPS weiter, das reicht noch. Die 250 GB wird diesen Part, was ich jetzt machen will. Und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Kapitel. Los geht's. Check it out. Oh, ein Kriegshafen, ist das nicht schön. Oh. Bum 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 overeat rear if you can read you yourself ürüx the we accepted as you wish what crazy were you going to get out that are the im trading I Super Oh Chent they what they're waiting for sunny cuz that day eight right see you in the book Tja, wenn du nichts weißt, dann mach es doch nicht. Oder lass... Tret ab von deinem... Ruhm und mach einen... Job in der Küche oder so. Was weiß ich. Ähm, gut. Mein Lieblingspart in diesem Spiel. Jetzt müssen wir den Weg freischaffen. Wie weiß ich schon. Wir müssen hier an der Toilette klopfen. Und dann kommt folgendes. Schtank. 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 Ich hasse dieses... Guck. Hier. Nein. Super. Simon. Ich das hasse. Ist doch leicht zu wissen. Auf jeden Fall bleiben die drin. Ne, die kommen wieder rein. Ja, super. Ja, super. Jetzt dürfen wir das nochmal machen. Probieren wir uns den nächsten aus der Toilette. Und nochmal schön mit seinem Sprengkörper dorthin. Ich hoffe, wir kommen diesmal weiter. Ja, das können wir überspringen. Das kennen wir ja schon. Ähm, so. Jetzt schön wieder runter hier. Und nix wie rüber hier. Wir müssen Schokolade auf sein. Ach so, wir haben schon volle Schokolade. Okay. Und schön weg von den Minen. Ich hasse die Dinger. Okay, die nächsten kommen schon da erst. Der nächste hat sich gerade da verbuddelt. Fuck. Oh, geil. Er lebt noch. Er lebt noch. Danke. Das war es mir wert. Boah. Okay, ich sehe hier gerade die Explosionsmerkmale sind zu sehen. Dass hier eine Explosion stattgefunden hat. Oh, geil. Wir haben es geschafft. Genau. Und da bleibst du auch bitte. Bis die Sprengung stattgefunden hat. Au. Aber bei der Nintendo 64 Edition war hier doch mal ein... Zitteraal. Der ist auf jeden Fall nicht mehr hier. Okay, das ist schade. Stattdessen haben sie hier einen Stromschalter gemacht. Okay. Okay. Okay, ist nicht schlimm. Der Zitteraal hat mich sowieso nur genervt. So, wir geben uns weiter. Fuck. Weg hier. Ich hab hier keine Lust weiterzumachen. Also in dem Gebiet da. Der andere ist mir eigentlich leicht. Na, sag mal. Ach, es geht nur einer zur Zeit. Okay, gut, gut, gut. Dann war es ja schon richtig, dass wir den Strom jetzt schon angeschaltet haben. Denn wir müssen ihn jetzt... Wir müssen jetzt folgendes machen, was vielleicht ein bisschen mies ist. Wir ziehen auf ihn. Ups, auf die Lunte. Ja, hat geklappt. Super. Armer, armer. So, Problem gelöst. Und jetzt der nächste.